Ich sehe mich entweder hier in zehn Jahren als Automobilmechatroniker ausgebildeten, um hier zu arbeiten, oder eine zweite Möglichkeit wäre, als Automobilrestaurateur in Berne eine Weiterbildung zu machen und in einer Garage als Oldtimer-Mechaniker zu arbeiten. Wir sind ein sehr moderner Betrieb, haben viele Möglichkeiten, auch aufgrund unserer Grösse. Hier werden sämtliche Reparaturen ausgeführt, somit hat der Lernende ein breites Spektrum in seiner Ausbildung, sowohl von den Marken, wie auch von den Tätigkeiten. Wir sind ein relativ kleines Team, wo den Austausch zwischen den Fachleuten, Fachmänner, Fachfrauen und der Lernende sehr gross ist. Die Lernenden können von den langjährigen Mitarbeitern profitieren, aber auch umgekehrt, dass die langjährigen Mitarbeiter auch immer an Schuhe bleiben müssen, damit sie den Jungen auch weiterhin kommen können. Was Sie in der Garage so speziell finden, sind die Mitarbeiter. Sie gehen nicht zu mir, gehen mit mir mit Anstand und Respekt. Ich kann gut mit ihnen zusammenarbeiten, sie sind sehr hilfsbereit und es fängt auch mit ihnen zu arbeiten. Das finde ich einfach super. Ich bin bei vielen in der Garage schnuppern. Hier hat es mir am meisten gefallen. Sie sind auch sehr nett und lustig und das finde ich super hier zu arbeiten.